Also das kann ein interessanter Nachmittag in den USA werden. Elmer Tewissen in Washington, Kevin McCarthy will ja Sprecher des Repräsentantenhauses werden. Aber ob er tatsächlich die notwendigen Stimmen seiner Leute bekommt, das haben wir ja gerade angeteasert bekommen in dem Beitrag, scheint durchaus fraglich. Warum? Was ist denn da los? Ja, es sieht ganz danach aus, als würde es nicht reichen im ersten Wahlgang, der allerdings erst nachher beginnt. Es gab heute Morgen eine sehr, sehr turbulente Fraktionssitzung ganz offenbar bei den Republikanern, bei denen die Abweichler, und das sind, ich sage mal, die Rechtsradikalen in der Partei, die haben gefordert, auch eigene Posten und Zuständigkeiten zu bekommen. Also sie haben gewissermaßen erpressen wollen, dass sie ihre Stimme abgeben an McCarthy und ihn unterstützen. Und das Ergebnis der Sitzung war, dass sie das weiterhin nicht tun wollen. Sie werden nicht für ihn stimmen, es könnte ein Desaster werden. Sie tun das, weil sie glauben, dass McCarthy Teil, wie sie es nennen, des Washingtoner Sumpfes ist. Und einen Alligator könne man nicht damit beauftragen, diesen Sumpf trocken zu legen. So hat es Matt Gatz, einer dieser Abweichler, vorhin erst formuliert. Sie fordern, dass sie ganz weitreichende Rechte haben. Eben auch McCarthy beispielsweise, wenn er nicht das tut, was sie von ihm verlangen, kann jederzeit mit relativ wenigen Stimmen auch ein Misstrauensvotum herbeiführen und ihn dann schassen können, regelrecht. Also es wird sehr, sehr spannend werden. Es könnte fast historisch werden, weil es ist seit 1923 dann das erste Mal, wenn McCarthy es nicht im ersten Wahlgang schafft, dass ein Sprecher des Hauses nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Also da ist richtig Feuer unterm Dach bei den Republikanern. Bei denen steht ein anderer Mann besonders im Fokus. Das ist ein gewisser George Santos. Er wird ja jetzt umgangssprachlich neuerdings als Lügenbaron bezeichnet. Was genau wird ihm vorgeworfen und welchen Einfluss hat denn dieser Santos? Ja, Santos hat im Wahlkampf seinen Lebenslauf geschönt und ist damit angetreten im dritten Kongressdistrikt in New York, hat damit am Ende sich durchgesetzt. Und er hat beispielsweise behauptet, er sei seit Jahren ein Investmentmakler oder Investor an der Wall Street. Das stimmt nicht. Er hat behauptet, seine Mutter habe im World Trade Center gearbeitet, sei da am 11. September 2001 gestorben. Das stimmt nicht. Sie ist 2016 gestorben. Sie war Köchin, keine Finanzinvestorin, wie er behauptet. Er hat viele andere Dinge behauptet, die einfach sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Also er ist ein Lügner, aber er wurde gewählt und deswegen würde er heute eingeschworen. Allerdings erst, wenn tatsächlich die Wahl des Sprechers vorüber ist. Vorher kann niemand von den Abgeordneten wirklich eingeschworen werden. Und die Führung der Republikanischen Partei schweigt zu George Santos und seinen Lügen. Warum? Weil eben seine Stimme sowohl für die Wahl des Sprechers als auch bei Gesetzesvorhaben in den nächsten Wochen und Monaten wichtig sein könnte. Wenn es den Republikanern am Ende des Tages dann doch gelingt, Nancy Pelosi abzulösen, was wird sich dann in der Politik von Joe Biden ändern? Wo können die Republikaner den Präsidenten dann das Regieren erschweren? Ja, zwei Dinge. Das eine ist, Sie haben schon angekündigt, Sie wollen Untersuchungsausschüsse einsetzen, um Joe Bidens Afghanistan-Abzug beispielsweise zu untersuchen oder die Geschäfte seines Sohnes Hunter Biden. Und damit könnten Sie natürlich Stimmung machen im Land gegen Joe Biden und die Administration. Das Zweite ist, Sie können natürlich auch wichtige Gesetzesvorhaben verhindern, die im Senat vielleicht beschlossen werden mit der demokratischen Mehrheit, aber dann nicht durch das republikanische Repräsentantenhaus kommen. Aber wenn die Partei zerstritten ist, so wie sich das jetzt darstellt, könnte es sein, dass bei dem einen oder anderen Vorhaben immer auch mal ein paar Republikaner mitstimmen und die Demokraten doch etwas voranbringen können. Darauf setzt Joe Biden, der sich übrigens morgen in Kentucky bei einem großen Infrastrukturvorhaben gemeinsam mit dem Anführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, zeigen wird, um zu signalisieren, man werde trotzdem versuchen, über die Parteigrenzen hinaus zusammenzuarbeiten für das Wohl Amerikas. Kurz zum Schluss noch, Herr Thewissen, Sie haben vorhin die Rechtsradikalen in den Reihen der Republikaner angesprochen. Da denkt man natürlich sofort an den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Inwiefern versucht der im Hintergrund die Fäden zu ziehen? Ja, man kann sehen, dass die, die da die Wortführer sind, ganz eindeutig in das Trump-Lager zu zählen sind. Die haben natürlich eine Schlappe erlitten bei dieser letzten Wahl, bei den Kongresswahlen. Viele der Kandidaten, die Trump unterstützt hat, sind eben nicht durchgekommen. Aber die, die durchgekommen sind, versuchen jetzt für Donald Trump das Geschäft hier in Washington zu erledigen. Sie würden gerne einen Rechtsradikalen als Sprecher des Hauses haben, um eben Donald Trump möglicherweise auch im Wahlkampf um die Präsidentschaft zu unterstützen. Herr Thewissen, war das live aus Washington. Ich sage danke für Ihre Zeit und danke für diese Einschätzungen.